Guten Morgen, meine Lieben. Wisst ihr, das hört sich immer alles so schlimm an, aber ich glaube, wir können auch stolz sein. Insofern ist das auch ein Nachtrag. Ich hatte ja Folgendes geschrieben im Buch, IQ ist nichts, Unbildung alles, insofern ist das ein kleines bisschen Werbung wieder. Derzeit ernähren in Deutschland, schätzungsweise, ein Viertel, also Werteschaffende, den Rest der Bevölkerung. Und dieses Missverhältnis wird immer größer. Ja, dieses fleißige Viertel empfinden sie als ungerecht. Aber warum scheint es der andere Teil als gerecht zu empfinden? Ganz einfach. Besonders die Verwaltenden, also die Bürokraten, sehen sich und ihre Beschäftigung als wichtig an. Sie glauben sogar größtenteils selbst, dass sie wichtig für die Fleißigen seien. Ich hatte schon mal in einem Video, sucht nach 6,2 Millionen Menschen auf meinem Kanal, schon mal darüber gesprochen, dass 6,2 Millionen Menschen ein Drittel unserer Steuern schon allein erhalten. Und bin darauf eingegangen, dass wir eigentlich keine Chance haben, diese Leute noch irgendwie, naja, zu überzeugen, dass wir richtig liegen und die nicht. Aber das wollten wir ja eh nicht. Es hat ja keinen weiteren Nährwert. Naja, ich will sagen, unterm Strich, wenn ich mir aber überlege, dass die auf meine Kosten leben, denn ich zahle richtig viel Steuern, meine Frau auch, kann ich ruhig stolz auftreten und sagen, Leute, was wollt ihr? Ich hatte auch mal von einem Beamten gesprochen, der hat gesagt, ja, ich diene Ihnen. Aber das war früher, das war 1990. Das war ein Beamter, der noch gesagt hat, ich bin eigentlich von Ihnen bezahlt und ich diene Ihnen. Das heißt, ich muss machen, was Sie sagen. Gut, das hat sich jetzt alles umgedreht, das ist nicht mehr so. Aber ich denke mal, wir können durchaus mit einem gewissen Stolz auftreten. Wir, die wir letzten Endes die anderen bezahlen und können sagen, Leute, haltet mal ein kleines bisschen euch zurück, weil unterm Strich, naja, wer bezahlt, der bestimmt auch die Musik im Land. Gut, es gibt Missverhältnisse, das ist nun mal so, das können wir im Moment nicht gleich ändern, aber ich denke mal, wir machen was, sodass sich das wieder zum Positiven ändert. Also, dann sagen wir mal, macht was, aber macht's gut, aber seid ruhig ein bisschen stolz dabei. Wir können es uns schließlich leisten. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis dann.